Na da ist die Basis, hallo? Hallo? Mist, vorbei. Oh, der Panzer ist fast im Arsch. Ist auch K.O. oder was? Klick, klack. So. Ne, wir wollen Kommandaten erobern. Erobern. Gefangen hier meine ich nicht verständlich. Oh. So. Der kann mit dem Rücken zu. Das ist eine blöde Idee. Mit X-Komm Leuten in den Rücken zu wenden ist nicht klug. So. Freunde der Nacht. Was? Achso. So. Und jetzt nach unten durchfliegen. Und dann in die Wand. Und. Ne. Das ist nicht die Hauptbasis. Da ist sie. Das heißt, ich gehe jetzt da hin. Und gleich eine schöne Schusslinie habe. Da wird sich eingeschossen. das ist unser Typ. Ne, ne. Hör auf damit. Ne, ne. Da gehe ich jetzt mal nicht runter. Bisschen blöde Idee. Warten einfach. Ich such dir mal ein wirkliches Gebüsch. Da ist noch ein so ein Bengel ist da noch. Aber da ist die Basiskommande zentrale. Oh nein. Oh ja. Oh nein. Oh ja. Oh ja. Tod. Tod. Tod den Invasoren. Au. Ja. Schießen sie zurück die Bassade. Warte. Da hat es kein Wumpel gemacht. Schießen sie zurück die Bassade. Kann ich auch. Oh. Hat schon alles verschossen. Da sind mal ein paar mehr verreckt wie es aussieht. Ich weiß noch ganz genau wo meine Leute standen. Das ist ätzend. So. Ah du Bastard. Danke. A Slalom. Ja. Ah vielleicht. auch gar nicht lang mal ein bisschen druck machen so panzer vor alles sehr deppert so alle kommande zentrale doch mal rein linsen jetzt irgendwo noch so ein typ gewaltigen knarre in der hand da ist er glaube ich da ist er nicht vielleicht kann man eben von hier abzeppen so voll ins gesicht sehr schön dann müssen wir mal eben gucken es hilft nichts so das andere vieh ach das ist irgendwo hier da na egal komm sowieso alles asche hier was hier rum liegt aber ich bin gleich wieder da so da sind wir auch schon wieder äh versuche mal den ganzen bastard mal wieder auszutreiben bremse steht da hinten so ach faltesten drücken bringt natürlich überhaupt nichts ich will da hin das aus der türkoppel schießen kann das finde ich blöd hoffen wir einfach dass da keiner kommt ha du bastard da ist er ist er mit der großen knarre schaffe ich das das wäre optimum ah fuck am arsch du schießt nicht auf mich ähm so hopp so die kann nichts machen keine roman auf kann hier nochmal rum aufpassen tut sie aber nicht rennt so sehen was er macht der kommt angeschleimt tut so dinge halt wa lass das mal nimm keine gefangenen du arsch ja stirb los uta zielschuss oh noch ein schnellschuss ah so was ist das für ein typ soldat ach gott ja ab in der hand damit die wollen damit verkloppen meh dachte er wäre etwas spezielles wo er so eine riesen waffe in der hand hat war ist er nicht mal ist nur ein blöder soldat so hier sagen wir mal 9 4 5 6 7 8 9 da muss irgendwo anders sein das ist ganz beschissen jo hahaha komm gut dass wir die da hingestellt haben nur zur lücke was siehör ernst wo ist der fuck kommandant von dem stützpunkt wo willst du eigentlich hin lass das was ist nix top nix da ist noch so ein kasper schon auch nur so ein scheiß soldat mut mut zur lücke wo noch betäubungsleute rumstehen da ja der muss liegen bleiben da der muss los die geht noch schnell rein indem ich da die rakete reinfliegt würde es weh tun he he hopp volle wand weg ich habe eine schweine noch am gang so keine betäubungsdinger hier nix ok da musst du noch mal drauf los und die sind vermutlich gleich beide tot aber ich brauche so ein typ lebend warte warte guten tag was das denn warte kollege warte 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 Moin, Tür, Türen gibt es ja nicht so viel, Freunde. Deswegen sind Türen auch ungut. Was machst du jetzt, wa? So, damit doch bitte nicht schießt. Das sind die beiden, da ist einer drüber. So, die lebt sogar tatsächlich noch. Wo sind denn noch Türen? Da sind keine Türen. Da ist eine Tür. Da war nichts. Na, Kollege? Dann rennen wir mal da hinten hin. So, hier noch einmal durchchecken. Definitiv da ist einer. Bist du voll Idiot. Au! Das war einer von den großen Bumsdingern. Oh, ey! Viel zu tun hier heute. Du nervst gerade ein bisschen. Es tut mir leid, aber die wollte ich in ihr Leben fangen. Bleiben auch nicht mehr so viele Leute über jetzt langsam. Das kommt, ob man die Leute Leben fangen will. Was ist das denn gemacht? Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Nicht mal eine Verwundung. Heißt das nur fliehen? So, jetzt schießen wir hier rein. Komm. Scheiß Dreck. Entschuldigung. Das ist auch nur so ein Fack-Soldat. Na? Aber er auch. Ingenieur tatsächlich. Super. Mein Gott. Vier Leben gefangen. Immerhin. Sieben Leute verloren. Das gibt es überhaupt nicht. Tatsächlich. Aber Elerium tatsächlich. Haha. Und mein Kommandant ist verreckt. Nun ja. Mal gucken, was ich hier alles aufgesammelt habe. Hm. Tollen Muttonen. Ja. Dann sage ich mal tschüss und bis zum nächsten Mal. Das war wieder mal scheiße. Ja. Ich habe schon Dreck auf Anfang 2 von mir selber gefragt. Naja. Bis denn. Oh. Neuer. Können wir doch eben feiern. Ja. Ist mir völlig Wurst. Ja. Sehr gut. Eine Million mehr. Und jetzt haben wir 2.000. Psyonisches Training. Das kann ich mir auch eben mal zeigen. Machen wir mal so. Ba 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 ba. Deswegen habe ich da so viele von gebaut. Damit wir auch alle reinstecken können. Das dauert nummerweise jetzt einen Monat bis überhaupt zu. Äh. Bekannt ist was. Oh. Ich habe sogar tatsächlich zu viele. Ähm. Ob die überhaupt was können. Geht das nicht. Durchziehen. Ne. Ziehen geht übrigens nicht. Und sie ihn einzeln anklicken. So. Zack. Super. Ne. Frohes Neues. Wir fragen uns ab. Fürhalten. Wir führen. Wir haben unseren Hauptfunk.